schönen guten tag eigentlich hättet ihr hier ein wunderschönes let's play gesehen leider hat dextry etwas anderes zu tun als meine letzte zweistündige aufnahme wirklich aufzunehmen von daher entschuldige ich mich dies ist nun die aktuelle folge und bald geht es auch schon wieder weiter mit dem minecraft let's play und bis dahin gehabt euch wohl